das max royal das ist ein luxus hotel wir haben jetzt 1 uhr 25 und wir haben uns jetzt gerade ein drei gänge menü im 24 stunden restaurant reserviert ein traum das müsst ihr einfach mal machen einfach bei uns buchen und wir suchen euch dann auch das schönste zimmer raus